ARD Text im Auftrag von Funk Gut auf die Mädels natürlich RIDICLE So Höhöhöh So, super Und wo ist noch einer? Da ist noch was Umringt von weißen Punkten, die wahrscheinlich Schäfchen sind Da sind die Schäfchen und da ist das Skelett RIDICLE So Auch da ist noch was Ich könnte natürlich auch die ganzen Tiere umbringen Ja, bin ich eigentlich kein Freund von Oh, einer von der Sorte Viel Temperament hat die Dame Weißt du, wenn ich denn abschieße? Ne, war ich da Ich glaube, ich habe ich ein tausendmal gemacht Grieber mit Weihnachten geschossen Aber ich habe sie trotzdem gerade gefragt Wir haben eine Schallplatte, die heißt Meloie Bekommen Meloie Blatter Schau 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 Dann kann man jetzt langsam Richtung nach Hause Richtung nach Hause ist auch sehr tolles Deutsch Und hoffen, dass man für Level 20 noch was kriegen, ja ich glaube mit Level 23 lassen sich erst Also Wusste ich gar nicht mehr, Winter ist einfach mal alles so gefunden hat früher Ich glaube, als wir das erste Mal hier waren, ist das noch oder? Ich kann mich so ein bisschen daran erinnern, dass das Ich weiß ja, als wir uns zurück wollten, bin ich mit dem Pferd hier runtergefallen So Und da sind wir wieder drauf, das Heimklück allein Und ich lege jetzt erstmal diese beiden hier rein, weil die kann man nicht mitnehmen Die Lederjacke kommt hier noch mit rein Ähm, der Bogen, der kann dann noch mit hier rein Okay Wir tun mal den gewollten Stein hier rein Dann tun wir mal, dieser Eisenherz habe ich auch bekommen Wo kommt das Eisenherz rein? Eisenherz kommt da hin Äh, Kies kommt noch mit da hin Erde kommt mit da hin Haben wir ein Blattenspielgerät? Ich weiß es gar nicht Nee, das ist so eins Hier ist auch keins Kein Blattenspielgerät? Wir müssen uns mal alles machen, das geht ja gar nicht Dann nehmen wir mal vier Stück mit Dann nehmen wir uns mal hier noch Oh, den haben wir ja noch Dann machen wir uns ganz kurz vorher noch eine Spitzhacke, eine neue Und dann machen wir uns Blattenspieler Und den platziere ich mal hier Und dann müssen wir mal ganz kurz die Musik ausmachen Und den kann ich auch so jetzt Ich habe ja jetzt ein Und Klack Und dann nehmen wir uns mal, äh, die Platte Achso Äh Ich habe jetzt alles ausgemacht, die gesamte Musik Ich habe jetzt alles ausgemacht, die ich habe Du 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 Lalalalalalala Lalalalala Dapstep Gut Okay, reicht aber jetzt auch wieder Die packe ich mir mal Wir haben das sicher Leder, oder? Super geil Dann mache ich mir jetzt mal Etwas grauenvolles Grauenvoll Und Machen wir hier mal Bilderrahmen Einer noch So, dann hängen wir hier auf Und dann kann man da die Schallplatten reintun Ich habe da sicher noch ein paar andere, oder? Genau So, Moment Dann probieren wir die mal aus Okay, die kennen wir ja Und dann haben wir noch Die Cat Ah, das ist Ist das gar nicht die Cat? Das ist die Cat Okay Die Lila finde ich am besten, muss ich gestehen So, dann hängen wir uns die einfach mal da hin Und dann können wir dann hier so eine gesamte Wand verhängen Und dann hängen die alles von den Schallplatten Was wollte ich sagen und nicht lügen Dieses Huhn Ich wollte gerade sagen, dieses Huhn ist der motivierteste Eierleger, den ich je gesehen habe Aber ich habe mich getäuscht Ich kann mal ganz kurz gucken, ob wir denn irgendwie noch andere Eier haben Aber nein Wir haben keine anderen Eier, das ist jetzt natürlich seltenst Schokolade Ich weiß nicht, ob die schneller Eier legen, wenn man eventuell füttert Die Geier 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 Der letzte muss ich mal reinkommen Die Geier Die Geier Le- Uh Love Heute ist der Tag der Liebe Love, 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 love Sieht voll cool aus, nämlich glaube ich als Titte, bitte schon Sieht bloß komisch aus, wenn ich mit dem Huhn, wenn ich hier so mit dem Huhn stehe, so Kommt du Herzen Oh mein Gott Was? Huhn, mach Liebe Mmh, the love Oder? Das, das muss ich, das muss ich einfach nehmen Das muss ich einfach nehmen Alles klar, super Das muss ich einfach nehmen Also, das sieht, das sieht super aus So, ich frage natürlich, wo kriege ich jetzt neues Huhn her Ich brauche noch einen Huhn Das mache ich später Ich brauche noch einen Huhn Zudem haben wir jetzt Explosionsschutz, schusssicher Und wir brauchen unbedingt Federfall Ich habe nämlich das Gefühl, wir werden richtig auf die Fresse fliegen Wenn wir gegen das Vieh kämpfen Das wird uns so richtig, so Boom, gegen das Gesicht und so Ist ja auch der Tag, momentan ist ja auch, sie kommen die Minecraft vorhin immer so 1-2 Stunden später raus Dornen Weil ich mit den schusssicher Haltbarkeit, ich ritt gleich weiter Feuerschutz Explosionsschutz 2 Federfall Federfall 2 Mit nur Level 11, super Mehr will ich ja gar nicht Ich will nur Federfall haben Damit wir erstensichert auf die Fresse fliegen Dann haben wir ein bisschen was gegen Explosionsschutz Dann haben wir ein bisschen was gegen Schusssicher Aber wir brauchen eh nur Explosionsschutz Die Schusssicherheit ist dann eher so für später Wenn ich gegen Skelette dann kämpfe Dann gucke ich mal ganz kurz Ob ich eventuell Habe ich vielleicht noch was zum Habe ich vielleicht noch was zum Brennen Das täte jetzt auch super sein Ähm, super seien, seien, gin Oh mein Gott, war das schlecht Ähm, du, 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 tun wir mal hier Faden, verdorbenes Fleisch Knochen, Schwarzpulver, Spinnenaugen Leder Bäume und Co Dann kann hier noch der Sand rein Was ist das? Weiße Wolle Warum habe ich weiße Wolle bei mir? Ich kann es euch nicht sagen Was ist das da? Rückstoß, Schuss Boah, was haben wir denn hier noch? Federfall ist natürlich jetzt sinnlos Aber Rückstoß Könnte ich auf meinen Bogen packen Und Schusssicher 4 Alter Verwalter Oder auf den Dark Repulsor Auf den Dark Repulsor Oh Auf den Dark Repulsor einen Rückstoß Das wäre natürlich heftig Level 3 Lol, nehm ich Und Schusssicher Das kostet ja kaum was Weil Weil es halt Weil wir es schon haben, ne Das ist natürlich wunderschön Dann habe ich jetzt schussig Ja, verzauberte Rüstung Stärkgetränke Äpfel Essen Den Dark Repulsor mit Rückstoß Schade, dass ich nur die 2 habe Da könnte ich Ich überlege, ob ich mir vielleicht Warte mal Wir haben doch noch Leder Leder, 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 Leder Genau, Leder Wir haben doch noch Leder So, was mache ich eigentlich Ähm Achso, Quatsch So war das, gell? So, hä? Dann halt, so ist mir egal So, machen wir uns nochmal Elf Bücher Und dann würde ich einfach sagen Dass wir uns Ähm Moment, kommt auch hier rein Dass wir uns einfach Alles, was wir so erlernen In die Bücher rein speichern Dass wir das dann später machen Das ist, glaube ich, besser Vielleicht, weil Ich weiß gar nicht Ich habe jetzt Level 1 Ich schaue mal kurz Wir gehen nochmal raus jetzt Ich brauche aber eine neue Rüstung dafür Ähm Zum Glück habe ich momentan Sehr viel Eisen Das macht sich sehr gut Ich sehe aber gerade Ich mache mal eine komplette neue Rüstung Weil die andere wird auch nicht mehr lange halten Ich habe einen Zombie hinter mir Ich habe einen Zombie hinter mir Alles klar Du könntest eventuell unser Level ja mit Angeln verbessern Ich glaube, warum Angeln bin ich Es hat das so viel Level gegeben Ich bin auch ein Held, oder? Ähm Alles zu Super Haltbarkeit und Glück des Meeres Strick Kriege ich kühler Dann wollen wir doch einfach mal angeln Das hat auch so viel Achso, ich muss natürlich Musik wieder machen Einfach ein bisschen angeln Kann ich mir auch zurücklehren Jetzt mal ein bisschen Okay Das war der erste Versuch Ich gebe zu Das war jetzt Etwas schlecht Ja, das ist eine schöne Frage Wie ihr das so seht Wie ihr das so seht Ob ihr eventuell Das Unterwasserprojekt weiterhaben wollt Ich sehe da überall schon Ah, okay Da ist schon wieder einer Dann könnte man eventuell das machen Bis zum nächsten Mal